Das, das Feuer, das ist aber auch neu, ne? Ich habe gerade hochaktivierte Munition. Au! Was ist denn? Die stinken alle hier, ne? Jetzt hatte ich 24 oder so. Hier, 3 und 4 Munition. 1, 2, 3, 4, 5 so ungefähr, musst du dir das vorstellen. Ja, ich war auch gerade mal 18. Einmal 48, einmal 7. Das ist auf jeden Fall mehr als früher. Rauchgeschoss will ich aber nicht. Ein Funkgerät. Funkgerät könnten wir eigentlich hier platzieren, ne? Funkgerät habe ich auch mit. Aber wir müssen ja eh später wieder zur Hauptquest. Boah, ich bin jetzt bei 58. Also ich mache mir noch keine Gedanken. Ich gehe mal nicht da lang. Da ist nämlich wer. Der Atemsound ist auch anders, ne? Weiß ich nicht. Hört sich für mich jedenfalls so an. Ne, ne. Ne Gasmaske brauchen wir nicht, ne? Da hat sich ein bisschen was getan. Hier ein bisschen doll sogar. Schalldämpfer für Flinten in Violett. Aha. Also man sieht das. So, dann gehen wir mal gucken. I. Ich nehme keine Gasmaske mehr. Die bringen doch eh nichts. Ja. Aha. Eben. Ich habe Zwirgen gefunden. Da. Erweitertes Magazin. Munitionsein für die AI. Lass mich raten. Wir müssen auch noch Nägel suchen, damit wir auch was nähen können. Sag mal, kann das sein, dass man alle Sachen zur Verfügung hat, auch die, die im Dings liegen? Eine Kiste? Ja. Also ich nicht. Ich habe doch nicht so viele Sachen hier drin, das habe ich nie gehabt. Ich habe meine, alle meine Inkredenzien oder werden alle angezeigt, die angelegt sind. Das muss ich mir mal angucken. Das wird sein. Flinten. Flinten. Das ist keine Flinte, ne? Das, was ich in der Kiste habe, wird mir nicht angezeigt. Ergänzung. Bündungsaufsätze. Das ist aber nur deine Waffen halt doppelt. Aha. So funktioniert das. Aha. Auch eine Waffenkiste. Das ist die halbautomatische Mäuserjagdgewehr. Die ist voll ausgestattet. Panzergewehr. Ergänzung. Oh. Aber man kann, man kann, restlich verstärker. Ja, man sieht alle, die man angelegt hat. Dann ist da so ein kleines Dings dran, so ein kleiner, in der Ecke ist dann so ein weißes Dreieck. Wenn man das in Benutzung hat. Was ist denn hier eine Flinte? Ach, ich gucke einen anderen mal. So. Jetzt gucke ich erstmal, wo Herr Sibi ist. Ja, Sibi. Ach da. Kriegsbemalung. Oh, ich konnte rüberhüpfen. Kann man hier rein in den Kiosk? Ja. Ich hätte gerne einen Hotdog. Hast du hier Sachen abgelegt oder lagen die hier die schon? Die lagen doch schon. Aha, naja. Erste-Hilfe-Set nimmt man natürlich, ne? Denke doch. Ach so, die sind schon fertig. Oh, hi. Haben wir schon alles durchgesucht hier? Jo. Ja, ja, ja. Ist ja nicht schlimm. Woran siehst du das? Weil ich hier gerade rumlaufe. Ach so. Den habe ich aber auch noch nicht gehabt. Der hatte Munition. Ich habe was kunderschönes. Oh, das ist schöner, ne? So ein Feuerwerk würde ich auch gerne mal kaufen, der wie ein Handvoller aussieht. Das sieht schöner aus, ne? Die haben alles verbessert, finde ich, so ein bisschen. Ach, nicht die Grafik. Hier ist noch eine Adrenalinspritze. Davon finde ich wieder nichts. Aber ich habe welche, das ist gut. Fühlt sich hier keiner angesprochen? Wie viele Waffen hast du die Waffe und welche hast du jetzt noch drinne? Guck mal nach, wie viele Waffen du jetzt noch hast? Insgesamt? Oh, so einige. Ne, im Einsatz, direkt im Zugriff. Drei. Ja, wenn ich das mache, habe ich nur zwei Waffen im Zugriff. Aber warte mal, warte mal. Ich kann ja mal was probieren. Ich kann ja mal was probieren. Ich gehe mal auf Waffe. Und jetzt nehme ich mal die Schwere hier, das KVM, einen Platz zuweisen. Ich müsste langsam mal was ablehnen, weil ich bin fast vom Gewicht her voll. Ich kann die nicht in der Hand nehmen. Das geht nicht. Das ist komisch, ne? Ich kann die nicht als zweite Waffe nehmen. Warum? Da sind doch die Funkgeräte ausgewiesen. Wo sind die jetzt hin? Vielleicht sollte ich mich nochmal aus- und einloggen. Das haut hin. Hier, guck, die habe ich jetzt in der Hand. Funkgeräte kannst du dir in einem freien Strott legen, glaube ich. Ja, ich wollte das machen, aber war es weg. Das sind Herstellungssachen. Da haben wir es komplett. Ja gut, auch eine Panate brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das sind solche Dinge. Da ist das Radio. Ein Platz zuweisen. Wichtig, Munition. Was braucht überhaupt meine Scharfschützen? Wer für eine Munition? Oh, 270. Das geht noch. Oh, ich bin weg. Oh, nö, nicht die. Nö, nicht die. Weg, 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 weg. Ich will jetzt keine Munition verschwenden. Mach Licht aus. Ja, das ist auch eine gute Idee. Warum habe ich eigentlich noch Licht an? F. Ich werde aber aufs Tatzen. Aber ich meine meine Figur. Ich war jetzt nicht, war die ganze Zeit hier. Ich gebe jetzt auch keine Lichtzeichen. Würde ich nie tun. Ach, weißt du, was doof für die wäre? Ah! Ja. Kommt doch, kommt doch. Die sind hier. Hallo? Ist da wer? Ich habe dich doch gesehen. Ach, da ist er. Mittlere. Nee, das sind keine Mittlerinnen. Aber da, wo ich hingucke. Das sind zwei Riese. Einer Stufe 6, einer Stufe 4. Schaffen wir nicht. Oh! Ich möchte auch da nicht kämpfen. Aber, aber hier sind viele kleine gerade. Ja, die kleinen bringen uns auch nicht. Die Munition. Ja, ist ja gut. Ich werde dich gleich übertreiben. Aua. Ich weiß, ihr habt uns zu pressen gern. Ich bin, ich habe Energie verloren. Du, man kann durch die Fenster schießen. Ich hasse jetzt das Inventar schon. Man kann durch die... Ich bin ja hier gar nichts. Beispiel. Man kann durch die Fenster schießen. Man kann durch die Fenster schießen. Ich schieße doch. Der geht weg. Oh! Warst du das? Nein. Ich gehe da aber nicht mehr hin. Das ist kein ganz großer. Ja, aber du weißt, wie viele die schlucken. Die ganz großen. Das ist kein ganz großer. Hast du gehört? Der ist schon kaputt. Nee, doch nicht. Jetzt. Aua. Du, hier stehen mehrere. Ja, ich weiß. Deswegen bin ich ja hier drin. Die gehen leichter kaputt. Ja, jetzt habe ich keine Schrotflinten-Munition. Wie wehe ich die jetzt aus? Ach so. Warte mal. Komm mal rein. Du gehst ins Menü. Oh. Und ja, sehr schön, ne? Und dann gehst du auf die Waffe. Und dann gehst du auf Ergänzung. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Ja! Ach, man bleibt gedückt. Hä? Cool. Gibt nicht. Also, so habe ich mir das jetzt gedacht. Aua. Aua. Ich habe die Munition ausgewählt, aber er hat sie nicht erkannt. Mitgeschmack. Hä? Was ist denn das für ein Scheiß? Aua. Warte mal. Ich gucke auch mal. Das muss natürlich die passende sein. Aber das weißt du ja. Ergänzung. Ich habe nur K-12. Und dann gehst du auf Munition und da habe ich nur eine Sorte jetzt bei mir. Ja, die ist ja ausgewählt, aber ich kann sie nicht nutzen. Wenn du da rauf... Warte mal. Ich gehe mal auf die andere Waffe. Da habe ich, glaube ich, mehr Munition. Ergänzung, Munition. Da habe ich nur rauf... Jetzt geht das. Nach drei Jahren. Aber das finde ich scheiße. Das ist schlecht belöst. Ja. Aber die sind leichter, ne? Wieso? Ich glaube schon. Ich bin vergiftet. Alles ist vergiftet. Wer schießt denn hier noch? Hallo? Hallo? Hier muss noch so ein kleiner sein. Jetzt deckt er die Waffe, ohne dass ich was mache. Oh, Entschuldigung. Hallo? Ist da wer? Da hinten, da ist er. Das soll ich sehen, natürlich. Oh! Jetzt sind die ganzen Autos hochgegangen. Wir looten, wenn du mich suchst. Kriege ich immer noch? Ja. Das ist auch neun, ne? Kann man stehen. Headshot. Ach, das hat hier lang drei. Aua. Oh. Oh, oh, oh. Ich bin gleich tot. Naja, 29 ist... Scheiße, das gibt's Spinne. Ach, das auch noch. Ist der weg? Ja. Cool. Oh! Ich höre mal, ich tippe an die Spinne. Spinne tot. Oh, ich werde schon wieder. Da hinten rennt noch einer. Zwischen den Häusern. Zwischen den Blocks. Da. Bisschen Zeit. Ich tuf gerade. Ne. Die sind schwächer. Ganz eindeutig. Das hab ich ganz anders in Erinnerung. Und du auch, glaub ich, ne? Was haben wir da reingeballert? Die hatten wir schon gelootet, ne? Den nicht. Alles nehmen. 14 Schuss. Alles nehmen. So, hier ist die Munition gleich alle. Warum? Bist du auch beim Looten? Ne. Ich hab schon fertig gelootet. So lange. Zwei Schuss. Der hier liegt einer auf dem Fahrrad. Ich hab hier noch 41 Schuss nur noch. Insgesamt. Jetzt muss ich auch mal gucken. Jetzt geh ich mal rein. Jetzt haben wir das Automatgewehr. Aha. Keine Ahnung, was der hatte. Jetzt zeigte er die Munition richtig an. Und zwar alle. Also das haben sie... Da haben die mich erhört, ne? Das hab ich doch immer kritisiert. Mit der Munition. Ich bin doch nur das Let's Play geschickt. Haben sich gesagt, bevor der uns immer noch anmeckert. Ja, bestimmt. Oh, wo bist du denn? Du bist weit weg. Ich schlug dir grad ganz hier. Das ist schön. Ich komm... Ich komm nicht zu dir. Ich bin grad falsch gel... Hier ist ja noch ein Wenderausgang. Aha, hier ist aber nix. Wenn man hier schon überwarten muss. Ja, ich bin alt. Ich kann nicht mehr durch... Nee. Hier liegt nichts. Ach, du hast die hier gelootet, ne? Ja, alle, die auf dem Hoden liegen. Alle, die auf den Hoden liegen? Sind zwar alle tot, aber alle lupbar. Ich weiß auch nicht, warum. Alles nehmen. Ja, wenn wir eine Truhe haben, dann wird sich erstmal ordentlich entleert. Dann braucht man ja nur das mitnehmen. Dann kann man die Baumaterialien, kann man ja dann da lassen, ne? Baut er bestimmt nur für drei Jahre. Bis wir eine Truhe finden? Nee, bis wir alles umsortiert haben. Wo kommen die denn alle? Haben wir die hier alle erledigt? Weiß ich nicht. Hier liegen so viele rum, ne? Ah, jetzt hab ich alles neben gemacht. Ja, dann geh ich mal wieder auf unsere Hauptinsel. Wo waren wir denn zuletzt? Haben wir das denn jetzt hier durch, was du wolltest? Ja. Wir haben aber immer noch keine Waffen und keine Sammelgegenstände, ne? Ja. Wir sollen es übrigens zu Saltham. Ja, ich weiß. Das ist noch eine der ursprünglichsten Aufgaben hier. Wir haben Nora-Saltholm und Sötra-Saltholm. Da unten ist Saltham. Ah, müssen wir hin. Machen wir eine Markierung hin, bitte. Hab ich schon. Etwas weiter unten. Ich guck, ja. Bist du dahin gereist? Ach, da. Da ist auch ein Unterschlupf. Ich reise gerade, es dauert ein bisschen. Ich hab ihn gesehen, die Eins. Das sind die Anfänge vom Spiel. Das waren die ersten beiden Inseln, die wir erobert haben. Vor 2000 Folgen oder so. Mensch, hier kann man noch Textil finden. Da sollte... Erstmal nicht machen. Hier sollte... ...auch eine Truhe sein, ne? Nee, da war die Truhe noch nicht eingeführt. Hier wird es, denke ich, auch keine geben. Textil gab es auch noch nicht. Also... Und ist ja jetzt... Ich seh, ich hab hier aber ein Truhen-Symbol, Herr Sebi. Guck mal, was hier ist. Ja, das ist schön, aber... So, und jetzt werde ich mal... Ich mag auch nicht umrückchen. Hier. Oh, wie viel Faust-Waffen-Munition habe ich bitte sehr. Wo sind denn die Herstellungsmaterialien? Die wiegen die nix? Die sind doch hier gar nicht drin. Boah. Unter welchem Menüpunkt findet man die? Wolltest du mich vorhin fragen. Ich hab unter dem Zahnrad... Ich hab auch noch nicht getestet, ob man die bei der Kiste sieht. Das kann ich dir nicht sagen. Ich will die in meinem Inventar sehen. Die seh ich nicht im Inventar. Ich seh hier alle möglichen Dinge. Aber die Baumaterialien eben noch nicht. Doch, hier unten sind sie. Wie, wie weg die... Alles in der Kategorie ablegen. Hä? Blöde ist die ganzen Aufsätze, die in den Waffen drin sind. Die werden auch extra angezeigt. Deswegen weiß ich nicht, was ich wegmachen kann. Ist ja bescheuert. Nee. Ja, eben. Eben. Das ist irgendwo... Ah, ne, die einen Haken haben, ne? Warte mal. Ich muss jetzt mal... Aber meinst ein Dreieck? Ja. Bloß wenn die her, dann lege ich doch alles ab. Das will ich doch gar nicht. Stimmt, alles in der Kategorie ablegen. Sehr geil. Ja, aber... Dann ist die Kiste voll. Ja. Aber das will ich ja nicht. Ich will den Klebstoff jetzt ablegen. Wie soll ich denn das machen? Musst du rüberziehen. Kann ich nicht. Läuft dir gar nicht. Du kannst rüberziehen. Ich gucke doch jetzt in die Lagerstation rein, ne? Hier habe ich die Lagerbox. Hier habe ich Kleb... Und meine Box. Hä? Ich bin verwirrt. Aber ich bin jetzt beim Stahl bei diesen... Ja, Munition geht. Aber das andere geht nicht. Das Textilzeug. Ja, dann müssen wir das Inventar behalten. Ja. Ich sehe das auch so. Und mein Spiel ist abgestürzt. Das sehe ich auch so. Ich wollte doch nur die Munition rüber tun. Aber wir waren ja im Unterschlupf. Das dürfte ja eigentlich nicht schlimm sein. Ne? Ich wollte doch nur Munition rüber tun. Warum stürzen das ab? Ja, weil das wieder so viel war. Es waren doch nur 570. Aber lass mal für meine Sturmgewehr hier habe ich auch 568 im Inventar. Ich wollte noch von der Maschinenpistole 1000 reintun. Weil ich 1006 im Inventar habe. Ja. Und dann kann ich wieder meine Maschinenpistole nutzen. Habe ich wieder fleißig gesammelt. Irgendwann vor 10.000 Jahren. Aber trotzdem viel passiert, ne? Ja, aber über das Inventar müssen wir sich noch mal bedenken. Also bis ich die Schrotflin-Motion drin hatte und bis das Spiel das erkannt hat, war Weihnachten. Es war nämlich ausgewählt. Erst beim vierten Mal neu auswählen hat sich das gemerkt. Das geht doch nicht. Ich guck mal, ob ich dir einfach beitreten kann. Nein, es ist nur auf Einladung. Bevorzugte Sprache Chinesisch. Cool. So, wo ist da mein Chinesischer? Und da. Die Weintrauben schmecken gut. Die sind aber auch schon wieder fast alle. So, ich geh aber wieder zur Kiste. Hey, ist wieder Textil drin. Cool. Bei denen nicht. Schade. Kiste. Geh weg, Kiste. Kiste. Hey, ist wieder Textil drin. Kiste? Hier nicht. Wollte mich extra so hinstellen, dass du auch noch rankommst. Das ist im Einsatz. Das wäre ein Glas. So, ich versuch's dir nochmal, ja. Achtung. Bier ist abgestürzt. Du weißt was, dann machen wir jetzt ein kleines Päuschen und dann starten wir den ganzen Kram nochmal neu. Ne? Das macht ja keinen Sinn. Oder? Dann sagen wir mal, bis zum nächsten Mal oder bis gleich, je nachdem wie ich da schneide, ne? Ja. Tschau. Tschau. Ja. Alter. 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 Alter.